Yo, was geht ab? Hier ist wieder Damien aus dem Kraftraum. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass dieses letzte Video so gut bei euch ankam. Ich meine, ja, da waren schon vielleicht ein paar verrücktere Aufnahmen dabei, wo ich gut am durchdrehen war, aber ich dachte, das war normal, dass jeder so früher trainiert hat. Das ist ja so ein Ding, ich habe das Gefühl, heutzutage ist es komplettes Gegenteil. Gerade in dieser Powerlifting Szene, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auch weltweit. Also wirklich, wenn man da vor zehn Jahren sich Videos angeschaut hat, da waren alle so oder halt der Großteil waren so. Im Powerlifting vor allem war halt echt so dieses, ja, voll ausrasten, durchdrehen und richtig, richtig übertreiben halt und nie aufgeben, beast mode, der ganze Kram. Habt ihr ja gesehen. Und heute habe ich das Gefühl, ist so dieses andere Extrem so ein bisschen. So extrem ruhig bleiben, bloß nicht rumschreien, bloß nicht ausrasten und keine Ahnung was. Also mir kommt da halt irgendwie zum Beispiel direkt Bryce Lewis in den Kopf als Athlet. Ja, und dann vielleicht einer, der jetzt aktuell einer der wenigen ist, der vielleicht nicht ganz so ruhig ist, ist Russell Ory. Und selbst der ist ja noch relativ ruhig eigentlich. Aber er macht so ein bisschen so eine Show bei den Wettkämpfen und so. Ja, oder auch beim Training normal. Aber ja, früher sind halt echt alle komplett ausgerastet. Und ich muss sagen, ich vermisse es auch ein bisschen. Ein bisschen vermisse ich es, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es heute einfach das andere Extrem ist. Das ist alles so extrem cool und ruhig und entspannt und bedacht und keine Ahnung was. Manchmal muss man halt einfach auch wirklich so ein bisschen ballern. Ja, und ich glaube, da kann jeder ein bisschen, vielleicht wieder ein bisschen mehr mal davon machen, weil Training, es ist halt einfach Gas geben einmal. Also wirklich Gas geben, sich anstrengen, alles geben manchmal auch. Man kann ja trotzdem sich an seinen Trainingsplan halten und intelligent trainieren, was ich früher teilweise nicht gemacht habe. Und da kommen wir schon zum Punkt für das heutige Video, weil ich habe bei Instagram gerade wieder so eine Umfrage laufen und da hat mich jemand gefragt, ob ich mal auf meine Trainingsfehler von früher eingehen könnte, was ich das alles falsch gemacht habe, weil ich ja im Video auch gesagt habe, dass ich halt ja teilweise einfach nicht gut trainiert habe und halt echt viele, viele Sachen schlecht, falsch, suboptimal gemacht habe. Und das können wir heute mal schnell durchsprechen. Bevor wir dazu kommen, du hast vielleicht schon auf Instagram gesehen, wenn nicht, dann am besten wir bei Instagram folgen. Aber wir machen morgen Black Friday eine Aktion. Wir haben ja hier Banner, wir haben schöne Hoodies, wir haben T-Shirts, wir haben Tanktops und wir haben als Black Friday Aktion erst mal 5% auf alles. Also wenn du eine Sache kaufst, 5%. Wenn du zwei Sachen kaufst, 10%. Wenn du drei Sachen holst, 15%. Wenn du vier Sachen holst, 20%. Und jetzt kannst du mal raten, wenn du fünf Sachen holst, 25%. Das heißt, das gilt für alles außer für die Bundles, also für die mehreren Banner in einem, weil die sind ja schon reduziert und auch nicht für die Gutscheine natürlich. Aber wenn du dir noch Merch holen möchtest, also sei es Banner, zum Beispiel der Stronger, denn yesterday gibt es nur noch einen oder zwei, bin ich ganz sicher. T-Shirts, Tanktops, Hoodies, sonst irgendwas. Dann am besten morgen früh ab 6 Uhr, also Freitag 6 Uhr bis 24 Uhr läuft die Aktion. Wird automatisch im Warenkorb dann abgezogen. Das heißt, unterstütz den Kanal, unterstütz den Podcast und gönn dir was Schönes und macht bestimmt noch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Vor allem, wenn es dir dann gar nicht mehr gibt, die Sachen. Und jetzt kommen wir mal zu meinen Trainingsfehlern. Ich meine, ihr habt ja das Video das letzte wahrscheinlich gesehen und habt ja auch die eine Szene gesehen, wo ich 160 Kilo damals in der Kniebeuge nicht geschafft habe, unten hocken geblieben bin, es dann nochmal probiert habe, wieder unten hocken geblieben bin. Again, nochmal probiert habe, wieder unten hocken geblieben bin, nochmal probiert habe, wieder unten hocken geblieben bin. Und was macht man, wenn man das Gewicht viermal nicht geschafft hat? Ganz genau, man macht noch mehr drauf und probiert es nochmal. Da habe ich erhöht um zweieinhalb Kilo und natürlich dann gar nicht geschafft. Und das war eins der Beispiele, wo einfach der Sturkopf hier zu viel unbedingt wollte. Ich wollte unbedingt dieses blöde Gewicht da jetzt beugen, aus welchem Grund auch immer. Es ist ja im Endeffekt gerade egal. Ich wollte unbedingt dieses Gewicht beugen und habe es halt so oft probiert, habe es trotzdem nicht geschafft. Es war an dem Tag einfach nicht drin, es war an dem Tag einfach zu schwer, aus welchem Grund auch immer. Aber ich habe es halt einfach so oft probiert und das ist halt total unnötig. Also ich habe im Training früher relativ häufig Gewichte gefehlt oder halt einfach Wiederholungen nicht geschafft. Und nicht mal ganz selten passiert mir das heute auch noch irgendwie, dass ich dann halt vielleicht einen Satz mit acht Wiederholungen mache. Und die siebte geht noch und ich denke mir, ja komm, die achte geht auch noch. Und beim letzten Satz vielleicht schaffe ich dann die achte nicht mehr. Kann ja mal passieren, ja, dass man sich ein bisschen verschätzt. Aber da liegt es dann an der Müdung. Was ich aber schon ganz lange nicht mehr gemacht habe, war einfach so ein Gewicht, was ich vielleicht für eine Wiederholung machen sollte, nicht zu schaffen. Das heißt einfach nicht failen. Das würde ich heute auf jeden Fall komplett anders machen. Würde ich auch euch empfehlen, nicht zu machen. Also im Training, wenn es geht, nicht Gewichte fehlen. Vor allem, wenn ihr auch für Wettkämpfe trainiert. Das heißt, egal ob ihr heute in vier Wochen, in sechs Wochen, in acht Wochen oder in zehn Wochen im Wettkampf geplant habt, ich würde, wenn es geht, keine Gewichte fehlen. In der ganzen Zeit. Das ist einmal für hier oben nicht so gut. Falls du das Gewicht nämlich dann im Wettkampf probierst, dann denkst du halt, hm, das habe ich jetzt schon im Training irgendwie mehrmals nicht geschafft. Keine gute Idee. Und halt auch, es bringt dir halt gar nichts. Also ein Gewicht fehlen bringt dir nichts. Wenn wir jetzt mal von der Spezifik sprechen wollen, von der Bewegung, dann ist es halt dann nicht die gleiche Kniebeuge, wenn du das da unten failst. Bei zu viel Gewicht machst du die Technik auch anders, auch das Ablassen und so weiter, also das Runtergehen. Also es gibt einfach viel, was dagegen spricht, zu fehlen. Auch Ermüdungen, vielleicht Verletzungsrisiko und so weiter. Von daher erstmal nicht failen. So, ich muss hier noch kurz was machen, aber wir reden einfach schnell weiter. Und nächster Punkt, den ich auf jeden Fall heute ganz anders mache, wie früher ist, nicht trainieren, wie als hätte man in den nächsten Wochen einen Wettkampf. Weil die Trainingsclips aus dem Video sind, glaube ich, so ein Zeitraum von zwei Jahren vielleicht gewesen. Ich glaube, die allerersten Videos waren von 2010. Und die neuesten Videos in dem Video waren von 2012 irgendwann. Das heißt, ungefähr zwei Jahre. Und ich habe, lass mich überlegen, ich glaube, ich habe 2012 dann auch meinen ersten Wettkampf gemacht. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe halt eigentlich schon die ganze Zeit so trainiert, als wäre ich unmittelbar vom Wettkampf. Also fast wie so ein Peaking habe ich dann gemacht die ganze Zeit. Und ihr wisst aber auch wahrscheinlich, dass halt ein Peak nur funktioniert, wenn man vorher halt nicht wie in einem Peak trainiert. Also wenn man die ganze Zeit wie in einem Peak trainiert, dann braucht man nicht erwarten, dass danach irgendwie was passiert, wenn man dann so einen Peak macht. Das heißt, ich habe halt einfach viel zu wenig an meiner Grundlage, an der Basis und so weiter gearbeitet. Und einfach mal versucht, Muskelmasse und Potenzial aufzubauen. Und habe halt einfach nur geguckt, was ich halt gerade kann. Und war vielleicht auch vom Kopf her, wie soll man sagen, meine Einstellung war dann einfach auch so, dass ich nicht schwach im Moment sein wollte. Was ich damit sagen will, ist aktuell, ich habe ja vor ein paar Wochen, als der Wettkampf war, hatte ich 225 Kilo Kniebeugen gemacht. Und jetzt, wenn ich jetzt mich warm mache und an die Stange gehe, schaffe ich höchstwahrscheinlich keine 225 Kilo. Aber wenn ich es darauf anlege, schaffe ich die in ein paar Wochen auf jeden Fall wieder. Weil ich bin ja an sich nicht schwächer geworden. Ich habe keine Muskelmasse verloren. Ich habe nicht aufgehört zu trainieren und so weiter, sondern ich trainiere weiter. Nur trainiere ich gerade einfach nicht so, dass ich da meine maximale Leistung in der Kniebeuge gerade zeigen kann. Kraft, so wie die meisten das immer meinen, ist halt eigentlich nur in einer bestimmten Übung ein gewisses Potenzial zu zeigen. Das heißt, die meisten sagen, sie wollen stark sein und reden dann von der Kniebeuge. Aber das hat ja nichts mit starken Beinen zu tun. Ich kann in der Kniebeuge relativ viel Gewicht bewegen, aber trotzdem beim Beinstreiker, beim Beuger, wenn ich das nie trainiere, super schlecht sein. Und was ich jetzt aktuell mache, ist halt, ich trainiere allgemein, ich trainiere viele verschiedene Sachen. Ich trainiere zum Beispiel auch keine Low-Bar-Kniebeuge wie im Wettkampf. Ich trainiere nur mit der High-Bar. Und ich mache noch Bulgarian-Split-Squats. Und ich mache Beinstrecker, Beinbeuge, ich mache Lute-Ham-Race, ich mache Romane-Dead-Lifts und Kreuzheben. Verschiedene andere Sachen einfach, aber halt nicht diese Wettkampfübungen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine coolste Zeit. Nicht lange. Ich trainiere mittlerweile schon so lange und eine Kniebeuge ist halt auch nicht so komplex, dass ich da einfach nicht lange brauche. Das heißt, ich kann jetzt innerhalb von ein paar Wochen, müsste ich nur einfach vielleicht in jeder Trainingseinheit, wenn ich Beine oder Kniebeuge oder sonst irgendwas trainiere, müsste ich mich nur am Anfang einfach aufwärmen und dann mich auf einen einigermaßen schweren Single hocharbeiten. Und ich würde wahrscheinlich von Einheit zu Einheit mehr Gewicht bewegen können, weil ich einfach wieder in der Kniebeuge an sich besser werde und mein Potenzial realisiere. Und das habe ich halt früher nie gemacht. Ich habe halt früher einfach, ich habe es ja gesehen, ich habe teilweise jede Trainingseinheit einfach geguckt, was halt ging. Kreuzheben war das Schlimmste. Ich habe Kreuzheben nicht leicht machen können. Ich habe immer im Kreuzheben einfach Gewicht draufgeladen. Und hätte ich halt mal irgendwie regelmäßig vielleicht ein 5x5 in der Kniebeuge trainiert. Das wäre wahrscheinlich schon mal besser gewesen, wie das, was ich gemacht habe. Und hätte ich halt auch einfach mal andere Sachen trainiert. Das ist so der nächste Punkt. Ich habe ewig lang, habe ich mir Schulter- und Armschmerzen mit mir rumgeschleppt, weil ich einfach zu stur war, um mal mit der Lobarkniebeuge und dem Bankdrücken mit dem Wettkampf mal aufzuhören. Weil mittlerweile weiß ich, die tun mir einfach nicht gut. Da kann ich fast machen, was ich will. Ja, sobald ich das beides viel und oft und schwer trainiere, läuft bei mir einfach nicht. Und ich habe das auch im Podcast und ich glaube hier in den Videos und so schon mehrmals gesagt, dass ich mich, wenn ich allgemein trainiere, so wie jetzt gerade, fühle ich mich geil. Da fühle ich mich richtig gut. Mir tut nichts weh. Ich fühle mich fit. Alles ist gut. Aber wenn ich mich auf Wettkampf vorbereite und eben dieses super schwere Training kommt in diesen Wettkampfübungen, für die ich strukturell vielleicht einfach nicht perfekt ausgelegt bin, aus welchem Grund auch immer, dann kriege ich einfach mit der Zeit Schmerzen und ich fühle mich einfach nicht mehr geil. Es zwickt hier, ich fühle mich ah, also man fühlt sich einfach nicht gut. Und das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Es gibt natürlich Leute, die können nur Lobarkniebeugen trainieren die ganze Zeit und die haben einfach gar nichts. Die haben Glück. Das sind vielleicht auch die Leute, die am ehesten noch am Schluss dann halt Spitzenleistung bringen können, weil sie halt sehr spezifisch trainieren können und halt einfach, ja, da halt einfach keine Probleme kriegen. Aber es geht halt nicht jedem so. Und das habe ich halt früher einfach nicht eingesehen. Ich habe einfach mit dem Kopf durch die Wand wieder, nee, ich wollte zwei oder dreimal die Woche Kniebeugen machen und ich wollte noch Bankdrücken und ich mache Lobarkniebeugen, weil ich bin Powerlifter und so und deswegen mache ich das auch. Und ich konnte halt so oft nicht gescheit trainieren, weil ich halt einfach solche Schmerzen hatte. Ich bin sogar teilweise schon mal ins Krankenhaus gegangen, weil ich solche Schmerzen hatte, was einfach nicht sein konnte, wo ich dachte, da ist irgendwas am Arsch, da muss was kaputt sein. War nichts kaputt. Das ist ja das Ding. Einfach halt bescheuert trainiert irgendwie. Ist natürlich schade. Im Nachhinein würde ich es gerne anders machen. Und ich weiß auch, das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mich innerhalb von, also jetzt nach so vielen Jahren Training innerhalb von ein paar Monaten in der Kniebeugen um 20 Kilo steigern konnte. Wirklich von Max zu Max 20 Kilo. Einfach nur, weil ich jetzt halt mal noch besser trainiere und wirklich auch so trainiere, wie ich es trainieren sollte. Dass ich nach so vielen Jahren Training nur so eine Leistung bringe, hat im Endeffekt nichts zu bedeuten, weil ich habe, man muss schon sagen, ich habe trotzdem, damals habe ich mich für meine Ausgangssituation, habe ich mich relativ gut entwickelt, aber es geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und eben dieses immer Max-Halt machen und immer so super Powerlifting spezifisch, wie kurz vor einem Wettkampf zu trainieren, das geht eine Zeit lang gut und irgendwann geht es halt nicht mehr gut. Deswegen hat bei mir auch Small of Junior so krass funktioniert, weil auf einmal habe ich viermal die Woche Kniebeugen gemacht und mit einem richtig hohen Umfang und halt eben auch am ersten Tag mit sechs Wiederholungen, am zweiten Tag mit fünf Wiederholungen, dann mit vier und mit drei. Aber selbst bei den drei Wiederholungen habe ich halt zehnmal drei gemacht. Also ich habe so einen riesen Umfang gemacht, was ich halt vorher irgendwie über Monate hinweg nicht angesammelt hatte und das Ganze halt innerhalb von drei Wochen. Und deswegen hat es halt so reingeknallt bei mir, weil ich da halt einfach Bedarf und Potenzial hatte. Und das Krasse war halt auch wieder, ich habe dann echt danach ja dann eine Woche Pause gemacht, dann getestet, dann habe ich mich gut verbessert. Und dann habe ich mich aber über die Wochen hinweg immer noch mehr verbessert, weil ich halt dann einfach dieses Potenzial, was ich mir hier angesammelt habe, eben bei diesem Small of Junior, was ich da aufgebaut habe, immer noch weiter realisiert habe, weil ich halt danach wieder trainiert habe wie vorher. Also wahrscheinlich hätte ich sogar echt am meisten davon profitiert, wie in so einem, mit so einem Drehsplan, wie in der Flex damals drin stand, zu trainieren. Wo man irgendwie fünf, sechs Mal die Woche trainiert mit super hohem Umfang und halt alle möglichen Assistenzübungen macht, Isolationsübungen aus jedem Winkel, jedem Muskel und so weiter trainiert, weil ich halt einfach mal mehr Bodybuilding gemacht hätte und halt Muskelmasse aufgebaut hätte. Ich habe es ja gesehen, gerade so die Anfangsvideos, da, was soll das schon groß gehen? Wenn du halt so ein dürrer Typ bist, dann kann da halt nicht viel gehen. Und das war auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall auch nicht ganz so schlau von mir. Ich muss aber auch sagen, es war ja natürlich nicht alles schlecht, was ich gemacht habe, sondern viele Sachen waren eigentlich auch, ja, ziemlich gut. Also was zum Beispiel meine Bereitschaft für Training angeht, die war damals brutal. Also ich bin, egal wann, wenn Training auf dem Trainingsplan stand, dann bin ich auch, wenn ich um zehn, zwölf, ey, was ist los? Dann bin ich um zehn oder elf oder zwölf nach Hause gekommen, nachts, und bin noch in die Garage und habe trainiert, habe mein Training durchgezogen. Ja, und das mache ich natürlich heute nicht mehr. Ich bin dann natürlich erst mal wieder nicht mehr ganz so fanatisch unterwegs, was das angeht. Ich bin da auch ein bisschen vernünftiger geworden, weil ich halt weiß, dass der Schlaf zum Beispiel auch sehr wichtig ist. Aber es ist natürlich trotzdem so eine Sache, wo ich mir von meinem früheren Ich vielleicht auch eine Scheibe abschneiden kann. Und dann halt genauso das Training einfach fühlen, einfach Bock drauf haben, so. Das war bei mir jetzt in letzter Zeit einfach ein bisschen weniger, muss ich sagen. Also ich habe es ja trotzdem gemacht, aber es war halt nicht so wie früher, dass ich einfach so mich ultra auf mein Training gefreut habe, weil ich richtig Bock drauf hatte. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt auch Spotify. Wir machen es auch so, ich mache hier unten noch einen Link rein zur ersten Spotify-Playlist und zwar eine Kraftraum-Metal- und Hardcore-Playlist. Ja, ihr braucht jetzt nicht rumjammern, das ist aber kein Metal und das ist kein Hardcore und das ist aber Metalcore und Deathcore und das hier ist Doom-Metal. Es ist einfach grob alles Metal und Hardcore, ja. Und viele von den Liedern, die da drauf sind, habe ich früher halt schon gehört. Und die letzten paar Trainingsanheiten habe ich nur die Playlist einfach laufen lassen und wieder Gas gegeben und es hat richtig Bock gemacht. Einfach wieder Musik und auch nicht mit dem Handy irgendwas machen, nicht über irgendwas nachdenken und so, sondern einfach eben Handy weglegen. Früher hatte ich noch kein so Handy. Das heißt, da konnte ich gar nicht irgendwie unten hocken in der Garage und am Handy rumspielen und irgendwie was angucken und so. Dann auch nichts auf dem Fernseher laufen lassen, einfach nur Spotify, Mucke laufen lassen und halt Gas geben. Und es hat richtig Bock gemacht. Also ohne Scheiß, da habe ich jetzt einfach wieder auch ein bisschen mehr Bock drauf. Auf einmal nur Musik hören. Zeit für mich, nichts anderes. Kein Handy, keine Ablenkung und halt Gas geben. Ach ja, und was vielleicht halt auch nicht ganz so geil war, war halt früher, habt ihr ja gesehen, meine, allein schon meine Kniebeugentechnik. Bei all den Videos ist die jedes Mal ein bisschen anders, weil ich halt immer irgendwie mir andere Vorbilder genommen habe und das dann nachmachen wollte. Und zum Beispiel, dass ich, ich hier mich an so einem großen chinesischen Gewichtheber orientiere für die Kniebeugentechnik, macht halt gar keinen, gar keinen Sinn. Null. Absolut gar keinen Sinn. Aber ich fand es damals halt cool. Ich wollte es damals machen und habe es halt gemacht. Natürlich auch wieder das Internet ein bisschen schuld gewesen. Man hat dann viel gelesen. Ja, für höher springen und schneller sprinten ist eine olympische Gewichtheberkniebeuge besser als eine Lowbar-Powerlifting-Kniebeuge. Hat mehr Übertrag, bla bla bla. Heute weiß ich, ist gerade egal, wir machen Kniebeugen eh nicht, dass wir höher springen oder schneller rennen, sondern wir machen Kniebeugen, dass wir halt Muskelmasse in den Beinen aufbauen und einfach mehr Kraft kriegen. Und zum höher springen und schneller rennen, muss ich springen und rennen. Und da gab es aber noch so einige Themen, sag ich mal, die damals halt echt noch so sehr dogmatisch einfach waren in dieser Powerlifting- und Kraftsportszene. Zum Beispiel, dass halt ein Powerlifter keinen Bizeps braucht und deswegen keinen Bizeps trainieren muss, weil das ist Zeitverschwendung und es bringt eh nichts. Und dann im Nachhinein denke ich mir so auch, hey Damon, du warst so dumm damals, weil du hast so eigentlich ganz, ganz früher, so wie jeder Junge hast du angefangen, oder auch jedes Mädel hast du angefangen zu trainieren, dass du dickere Muskeln bekommst und besser aussiehst. Und warum habe ich es dann nicht gemacht? Warum habe ich dann trainiert, wie so irgendwie so ein dummer Paulifster sagt oder halt irgendwie so ein dummer irgendwas im Internet sagt? Nur weil die das sagen, es macht ja auch Bock, Arme zu pumpen. Warum habe ich es dann nicht gemacht? Naja. Ist es auch zu spät, die Zeit kann ich nicht zurückdrehen. Ich kann nur hier das Beste jetzt draus machen und jetzt halt einfach ein bisschen besser und sinnvoller trainieren, was ich meines Erachtens nach mittlerweile auch mache. Und die Resultate sprechen ja irgendwo auch für sich. Aber für dieses Jahr stehen noch zwei Sachen an und danach wird sich mein Trainingsfokus wahrscheinlich ändern müssen, beziehungsweise nicht müssen, sondern ich werde ihn ändern wollen. Und dann wird sich auch mein Training wieder ein bisschen ändern müssen, weil noch ein paar Sachen hier sich verändern werden. Aber dazu kommen wir dann in den nächsten Videos irgendwann. Und ja, ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, unten in die Kommentare reinschreiben, was eure größten Trainingsfehler so waren oder sind. Und ich denke, die meisten werden sowas ähnliches, wie ich gemacht habe, irgendwie auch schon durchgemacht haben früher. Ja, auch zurückblicken können und halt irgendwie merken, hey, ich habe immer nur so trainiert mit so Ausmax und so, was halt total dumm war und ich habe nie mal anders trainiert. Ich habe nie mal meine Schwächen trainiert. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich habe halt immer nur einfach weiter gebeugt mit Loba und bin meiner Schwäche aus dem Weg gegangen. Und das ging halt einfach nur gut bis zu einem gewissen Punkt und dann ging es dann nicht mehr weiter. Aber gut, damit sind wir am Ende für heute. Gerne liken, subscriben, teilen und so weiter. Und nicht vergessen, kraftraumshop.de. Noch ein bisschen shoppen morgen beim Black Friday. Schönes Lager leer kaufen. Viel ist eh nicht mehr da, das heißt, ihr müsst eh schnell sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.